Übermorgen das erste WM-Qualifikationsspiel der DFB-Elf gegen Island. Heute das erste Training ohne Toni Kroos, der verletzungsbedingt nach Spanien zurückreisen wird. Schlechte Nachrichten. Ein Trio fällt aus. Wegen muskulären Problemen müssen Niklas Süle und Robin Gosens kürzer treten. Schlimmer hat es Toni Kroos erwischt, der wegen Leistenschmerzen zurück nach Spanien reist. Wieder mitwirken kann dagegen Joshua Kimmich. Sein Kollege vom FC Bayern, Manuel Neuer, wünscht Löw zum Abschied einen Titel. Ich denke, dass wir diese erfolgreiche Ära auch mit einem schönen Abschluss krönen wollen. Wir wollen ihm, denke ich, auch ein großes Geschenk machen. Nur mit drei überzeugenden Auftritten können sie sich Rückenwind für die EM holen. Motto, verlieren, verboten.